Eine Mittelohrentzündung ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Im Rahmen einer Erkältung kommt es häufig zu Flüssigkeitsansammlungen hinter dem Trommelfell. Diese Flüssigkeit kann nicht abfließen, der Druck hinter dem Trommelfell steigt immer mehr und irgendwann kann es dazu führen, dass das Trommelfell einreißt, dann hören die Schmerzen auf und die Mittelohrentzündung kann abheilen. Untertitelung des ZDF, 2020